Hallo ihr Lieben, wir machen heute für euch Fanpakete auf. Ihr habt uns hier viele gegeben und wir haben so ganz viele und wir fangen einfach mal an. Ich möchte noch mal einen kleinen Hinweis geben, bitte wenn ihr uns Pakete, Briefe oder Fanpost, was auch immer schickt, bitte Geduld haben. Wir haben noch so viele Briefe zu öffnen, so viele Pakete. Wir können nur noch Fanpost Video machen und das wäre halt nicht schön für die anderen Kinder. Aber die sind alle gut aufgehoben bei uns, versprochen. Wir fangen an. Ich mach's sehen. Unser erstes Paket ist von der Layla. Liebe Layla, wir machen dein Paket auf hier. Wir machen es wieder so, Milet holt es raus, gibt es mir, ich zeig's euch, dass es ein bisschen schneller geht. Viel erklären tue ich nicht, weil das Video zieht sich in die Länge. So machen wir das Ganze. Jetzt da. Ich hol den Brief mal raus. Kühlbaby Family Fun. Layla? Da steht er. Mach einfach auf für Chian. Für Chian. Für die Mama ist, ah, für die Mama, Blumenbänder. Haha, sehr schön. Für Chian. Liebe Layla, du tust mir einen Gefallen. Für Chian. Für Chian sind Karten. Pack's aus und gib's mir mal aus. Pokémon Karten für Chian. Wir machen das immer auch, weil Chian ist ja nicht dabei. Fanpakete, der mag das nicht so gern aufmachen. Wir geben sie ihm immer weiter, versprochen. Für Milet. Zeig mal. Gib's einfach weiter. War das für dich, oder? Ja. Da sind nochmal Lumenbänder drin. Dann sieht's. Für Milet. Für Milet. Für Milet Luftball. Hallo Milet. Ich heiße Layla, bin acht Jahre alt. Ich gucke gerne euer Programm. Ich habe für euch noch Geschenke. Hoffentlich gefällt's euch. Mein Name könnt ihr sagen. Aha, sie ist eine Türkin. Milet ist ein eigenes Parlieren. Dankeschön. Das ist der Brief hier von der Layla. Cool. Die Layla, hast du alles ausgepackt, Maus? Ja, das. Die Layla hat uns Tee eingepackt. Zweimal. Für Mama. Und so Mini-Wasserballons hat sie rein. Und dann hat sie einen Ring für die Milet noch dazu. Ja. Das sind Wasserbomben. Wasserbomben, genau. Und ein Violetta-Poster hat sie uns rein. Violetta. Violetta. Super, liebe Layla. Das war sehr lieb von dir. Vielen lieben Dank. Unser nächstes Paket kommt von der Alina. Die hat ein schönes Geschenkpapier mit Schmetterlingen eingepackt, liebe Alina. Danke erstmal. Wir machen es gleich auf. Ja. Die Alina. Ah. Hat uns so lauter Papier reingeschnipselt. Oh, oh. Da müssen wir gut aufpassen. So, ich nehme erstmal das erste. Die Milet macht es einfach mal raus. Packt es aus, wie immer. Ja, Milet. Schöne Zeichnungen hat uns die Alina rein. Für Milet Bücher. Ja. So, die Alina hat auch ein Bildchen dazu geklebt. Da steht, hallo Milet, mein Name ist Alina und ich bin fünf Jahre alt. Im Sommer komme ich in die Schule und ich freue mich sehr drauf. Eure Videos schaue ich mir sehr gerne an. Vielleicht könnt ihr noch ein Video über Bibi und Tina machen. Ich hoffe, es geht gut und ihr seid alle gesund. Ich hoffe, die Sachen im Paket gefallen euch. Bis bald. Eure Alina. Liebe Alina, natürlich gefallen uns die Sachen. Alles, was ihr uns gefällt. Uns. Ein sehr hübsches Bild hast du drauf. Okay. Dankeschön. Die Alina, die Alina, die will mich ärgern. Guck mal. Die Alina hat mir Lumen, 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 Lumen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Den Elbpäckchen Lumen hat sie mir geschenkt. Was will das bedeuten? Ich kann kein Lumen. Ich kann kein Lumen. Ich muss mir noch Videos gucken auf YouTube. Dankeschön, liebe Alina. Trotzdem. Sie hat zwei Märchenbücher von Schneewittchen und Aschenputtel für die Milet. Ah, ein Mäppchen. Oh, ist das Schlampermäppchen von Frosen. Die ist ja cool. Da ist sogar Lineal von Frosen. Bleistift, Spitzer. Und ein Radiergummi. Das kann sie natürlich sehr, sehr gut gebrauchen in der Schule, liebe Alina. Sehr lieb von euch. Danke. Da schreit jemand im Hintergrund. Was ist denn da los? Wie nennt man sowas? Oh, der leuchtet auf. Das ist der cool. Ein Stressball für mich. Der ist so cool. Da schreck ich dich. Der ist echt cool. Lass es mal so an. Ja. Und dann tue es mal deine Hände so ein, damit sie dich anfühlt. Oh, sehr weich. Der ist cool. Ein Schindress. Ein Monster. Der krägt mir. Echt. Okay. Weitermachen. Milet, weitermachen. Essen wir aber jetzt nicht, Maus. Okay? Zeig mal, was ist das? Mach jetzt auf. Kinder-Schokolade. Für dich, für die Milet. Das ist ja cool. Eine Sonderedition. Was ist das, Milet? Milet, mach bitte weiter auf. Kannst später anschauen. Oh, das ist aber schön. Eine Kette. Mit Charms dran. Schönen Farben. Für mich, Leih. Für mich, Leih. Für mich, Leih. Oh ja. Harry, wo macht Kinder froh? Und der wachsende ebenso. Mich auch. Cola. Für mich, Leih. Oh, oh, oh. Schau mal an. Oh, die ist aber hübsch. Harald. Für mich, Leih. Und Spangen. Das ist schön im Set. Milet fällt jetzt wieder ein Waschpangen. Für Milet. Aha. Crazy Popping Dip. Oh, sauer crazy. Was ist das, Milet, gleich wieder? Hä? Meine ist Pony. Mein little Pony, sagt Milet. Sehr schöne Figur. Für Milet und Mama. Oh, Milets Mama steht hier. Nicht für Milet und Mama. Milets Mama. Ha, Milet will mich hier verarschen. Schau mal, ob was noch drin ist. Milets Mama. Boah. Äh. Nein. Ist das ein schöner Ring. Oh, ich liebe. Wie muss ich euch von der Nähe mal zeigen? Ja, der ist ja mal schön. Oh, ich muss den gleich dran. Nein, oder? Das ist ja gerade die richtige Größe für mich. Sehr schön, ihr Lieben. Das hat mich aber jetzt echt gefreut. Sehr schön, der Ring. Oh, Milet. Danke schön. Das ist echt sehr lieb. Ein Herzchen für die Milet. Das hat bestimmt die Alina gebastelt. Oh, das ist auch ein little Pony, Milet. Ja. Oh, eine Meerjungfrau. Milet tut jetzt mal alles raus. Und ich zeige es euch. Ich bin nicht mehr raus. Herz Bonbons. Kau Bonbon. Nochmal ein Kau Bonbon. So, ich schaue mal jetzt rein. Hier bin ich noch. Dass wir auch alles raus haben. Oh, die Sache. Oh, ich muss das mal schnell zeigen, Milet. Zeig, geh mal schnell weg. Solche Stropor hat sich uns reingeschnippelt, der Alina. Oh, dass es spannend wird, wenn wir aufmachen. Super, wir räumen das mal auf. Ah, haben wir die schon gesehen? Nochmal eine. Nein, nein. Die sind so schön. Ja, Kau Bonbons. Falls mal was im Paket stecken bleibt, wir holen alles raus. Oh, ein kleines süßes Kätzchen. Wir schauen die Pakete alle nochmal durch. Also es geht nichts verloren bei uns. Hab nochmal was. Oh ja. Ein Glückstein für die Milet. Und ein Luhm für die Milet. Das war mal wieder ein riesengroßes Paket. Natürlich. Oh, unser Logo hat sie uns gezeichnet. Toll, toll, toll. Liebe Alina, vielen lieben Dank fürs Paket. Da waren ja richtig schöne Sachen drin. Ha, mein Ring. Also, dieser Paket hier ist von der Larissa. Liebe Larissa. Da steht die Adresse von Larissa, sieben Jahre alt. Die Larissa hat uns Karten gebastelt. Von Violetta. Violetta. Chian. Chian hat sie geschrieben, ja. So, wir machen alles mal auf. Die Larissa hat uns viel Überraschung eingepackt. Ich hab euch lieb. Liebe Mille, ich hoffe, meine Geschenke gefallen euch. Ja, liebe Larissa, uns gefällt alles. Es reicht schon, wenn ihr an uns denkt und uns was schickt. Das ist schon mal wichtig. Viele, viele selbst gemalte Bilder hat uns die Larissa geschickt. Da ist noch Luhm drin von der Larissa. Und dann hat uns die Larissa natürlich, ha, Frosen, Spangen waren drin. Hm, so ein Monsterchen war drin. Das weiß ich nicht, was das ist. Das hat sie selber gemalt. Da auch. Und da sind so welche? Ja, Post-it-Kleber sind das. Ein Bleistift, Karten. Für die Küche zum Spielen. Lachs. Genau. Und hier natürlich die Postkarte, haben wir schon gezeigt. So, das war's von der Larissa. Liebe Larissa. Das ist noch eine Ponykarte. Eine Ponykarte hat sie noch hier drin für die Mille. Oh, ich schwitze. Fili, Fili. Ich schwitze. Ich schwitze. Schwitze so. Oh, sie hat sich voll heiß. Liebe Larissa, vielen, vielen Dank für die Sachen. Dieses Paket hier kommt von der Lea. Lea. Die Lea. Ein schöner Karton. Mit Pferden drauf. Hat uns die Lea. Was hat sie da geschrieben? Millei Augsburg Bayern. Bayern. Alles. Tum, wir tun schon mal alles. Draust hier erst mal. Und dann zeigen wir alles der Reihe nach. Ah, Millei. Also. Einmal ein Kleistift. Die Lea hat ein Real Madrid Bild gemacht für den Cihan. Das ist mal cool. Für Millei einen Stundenplan. Und Heftaufkleber. Oh mein Gott. Sie hat... Ah ja, das machen wir jetzt gar nicht auf. Blumenbänder natürlich. Gleich ein Karton. Also zwei Bücher. Einmal von der Hexe Lili. Und dann natürlich Mia and Me. Ein Mickey Maus. Da. Notizbuch für die Millei. Für die Millei Türanhänger. Das ist ja mal cool. Da steht, du darfst gerne reinkommen, wenn du machst. Machst, was ich will. Sorry, heute ist Bestfreundinnentag. Nein, Papa, du gehörst nicht dazu. Das ist cool. Nein, Papa, du gehörst nicht dazu. Ein Geldbeutel von Violetta. Ein Barbie. Ein Barbie Abendkleid, sag ich mal. Fashion Designer. Da kann man so Sachen designen. Da ist das Stift und so weiter mit dabei. Das werden wir mal auch ausprobieren mit der Millei. Und dann haben wir noch Violetta Karten. Millei, zeig mal. Violetta Karten. Ein Märchen vom Aschenfroschkönig und Aschenputtel. So, hier haben wir eine Let's Party Karte. Eine Einladungskarte für eine Party von Topmodel. Oh, Millei, du darfst noch keine Partys machen. Nein, nein. Ein Bärchen. Oin, 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 oin. Zwei kleinen Schnellhefter für die Millei, für die Schule. Die kann ich auch mal brauchen. Moussi, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dann haben wir eine, wie war das? Mein Little Pony oder ist das Philly? Philly. Was sagt das? Little Pony? Ich glaube, Little Pony und Philly. Naja. Egal. Okay. Sticky, Sticky. Okay, und dann haben wir hier nochmal Karten von Disney. Und dann haben wir hier, hm. Oh, Leute. Ich habe das mal gewusst, aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Zwei Figuren. Nein, das ist nicht Philly. So cool, aber mir fällt der Name nicht ein. Aber ich weiß es. Ich kenne es. Ah, Millei hat Sticky's in der Hand. Und dann hat sie mir noch einen Brief geschrieben. Darf man vorlesen. Da steht, liebe Millei, ich heiße Lea und gehe jetzt bald auf die Realschule. Hm, cool. Ich bin ein super großer Fan von euch. Ich wollte euch fragen, ob Millei meine Freundin sein kann. Will, ich finde Millei Zuckersuch und die Mama ist auch schön leer. Ja. Und dann steht hier, die Perlen sind Glücksbringer. Hallo Mama, Millei, du machst tolle Videos mit Millei. Du bist auch sehr hübsch. Liebe Grüße, Lea. Aber diese Perlen hier sind Glücksbringer. Die werde ich gut aufheben. Vielleicht werde ich ja noch besser in den Videos dann. Hm. Genau. Und dann ist ein Brief für den Papa. Den mache ich nicht auf. Das soll der Papa selber lesen. Das ist nicht geil. Das steht bestimmt auch drin. Und hier ist natürlich von der Lea noch ein Brief. Den werde ich nicht umdrehen. Sie sagt zwar, darf man zeigen, aber da ist ein Bild drauf. Das mache ich nicht gerne. Liebe Lea, hübsch, hübsch, hübsch. Also, vielen lieben Dank, Lea. Oh, da war noch ein Ball, oder? Ja, ja, ein Ball war auch noch. So, liebe Lea, wir sagen vielen lieben Dank. Für das schöne Paket hier. Wie immer, Daumen oben. Nächstes Paket kommt von der Vivian. Die liebe Vivian. Vivian. Von der Vivian. Jetzt machen wir es mal. Ja, ist der schön. Oh, ich liebe Kuschelbeer. So, die Vivian. Oh, ein schönes Lippenstift, denkt man. Aber es ist ein Google Schreiber drinnen. Der ist aber cool für die Mama. Da kann sie mal schön Schreiben machen. Und jetzt guck mal. Blum. Zeig mal. Ein Radiergummi. Ein Radiergummi für die Melee. Blum, Blum, Blum. Ich freue mich so auf Loom. Ich freue mich auch auf Loom. Aber ich kann es noch nicht. Ich habe leider die Zeit nicht dazu, Videos zu gucken und Anleitungen zu machen, weil ich muss selber Videos drehen. Ja. Lecker. Ui. Das hat sie selber geflochten, die Vivian. Sehr schön. Man sieht, die Vivian kann das besser wie ich. Schön hat sie das gemacht. Und da ist noch ein Ufo. Man berührt mich. So. Dass du immer besser wirst in der Schule, Melee. Hast du mich verstanden? Immer in der Schule gut sein. So. Was haben wir denn da drin? Ah. Sorry. Einen Spitzer für die Melee. Ui. Ein Uhu. Die ist ja total ausgerüstet für die Schule. Geh? Also, da kann gar nichts mehr passieren. So. Das hier ist der Radiogummi. Oh, ich höre schön. Oh. Entschuldigt, der süße kleine Tit. Schau dir mal den an. Wie süß der ist. Und in pinken Meleys Lieblingsfarbe. Und was ist das? Und ein Bild für dich. Oh. Mein Gott. Hallo, Melee. Ich bin ein neuer Gast. Den behalte ich jetzt. Sehr schön. Also, ich lese mal vor. Da steht, hallo, Melee. Hallo, Robert. Hallo, Lucia. Hallo, Aino. Ich bin Vivian. Sieben Jahre. Ich glaube, es geht euch gut. Das ist super. PS, bitte antworte mich. Ich bin ein großer Fan. Und würde mich sehr über Post von dir freuen. Liebe Vivian. Vielen lieben Dank für die Sachen. Vielen lieben Dank, Vivian. Es hat uns sehr gefreut. Melee kuschelt schon die ganze Zeit. Nächster Paket kommt von der Sophia. Also, die liebe Sophia hat uns einen Monster High-Kamm. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich bin total überfordert, Leute. Der Papa kennt sich damit aus. Schaut sie mal das niedliche, süße Kätzchen an. Den kann man doch nur lieb haben. La, 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 la. Der ist ja mal cool. Mein liebe Sophia, das ist aber sehr lieb von dir. Sehr schön. Ich lese mal den Brief vor. Da steht, liebe Melee, ich bin Sophia, ich bin fünf Jahre alt. Und ich wünsche dir, dass ihr immer weiter eure Videos macht. Auch wenn meine Videos, manche Videos nicht ganz so gut sind. Ich liebe eure Videos trotzdem sehr. Liebe Sophia, danke, dass du so ehrlich bist. Natürlich sind die auch Menschen. Manchmal sind die Videos nicht gut. Aber, das ist jetzt mal ein sehr, sehr toller Teil. Also, das ist ja mal was. Ha, Melee? Ja. Melee isst schon Gummibärchen. Dankeschön, Sophia. Ja, ja, ja. Nächster Paket kommt von der Laura. So, die Laura. Liebe Laura, privat. Nicht vorlesen, mache ich nicht. Für Baby Melee zum Vorlesen. Das wird vorgelesen. Für Cihan. Und? Oh, 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 oh. Das ist für Cihan. Das ist sowas zum Abschießen. Hm, safe, so. Eine echte Schokolade. Das bekommt die Cihan. Ich glaube, ich bin. Ist sie für mich? Oh, nein. Schaut sie mal, wie der schöne Schmuck für die Mama. Oreo. Oreo. Charms. Oreo. Ja, das ist ja mal was Feines. Oh, dieses Oreo. Oreo, das ist für den Papa. Für Mama. So, zeige ich euch mal mein Charms-Kettchen hier. Ist der süß. Was sagt ihr dazu? Für Mama. So, das ist für alle. Das ist so Trinkschokolade am Stiel. Die macht man in eine heiße Milch rein. Lieben wir auch. Ihr wisst ja alle, was uns gefällt. Gell, Mille. Machen wir ihn auf. Das ist ja mal schön. Machen wir ihn auf und nicht pürieren. Okay. Da steht Oreo-Kekse für den Papa. Den bekommt er. Papa ist in der Arbeit. Für die Mama Einur. Ein schönes Säckchen eingepackt. Oh. Ich sage nur wow. Und die passen mir alle auch noch. Wisst ihr, was ich für Größen habe? Das kann ja nicht sein. Äh, Mama? Super. Glaubst du, es ist eine Spritze oder ein Stift? Ein Stift. Richtig. Die Säckchen muss ich auch aufheben. Für die Mama. Guck mal. Und dann für die Mama noch Süßigkeiten. Natürlich darf das Mille nicht essen. Das ist von Verporten. Das gehört mir. Genau. Ich mache mal dazu für Mille. Ja, da steht für Mille. Was ist da drin? Termine. Für die Mille waren Schokobons drin. Die isst es gleich mal. Ist ja klar. Oh, noch Angst. Oh, lecker. Für die Mama von Lin Pralinen. Das ist ja mal was. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Muss ich sagen. Für Robert? Für den Papa Robert. Nein, das bekommt er, wenn er kommt. So. Das ist für den Jihan. Das sind bestimmt auch Süßigkeiten. Kommt zu Jihans Geschenk. Für Kürt Baby Mille. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das in einem Video vorstellt. Aber klar doch. Mama, Kürt Baby Mille. Nein. Das muss ich gleich zeigen. Halt, 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 halt. So Leute, bevor ich jetzt mal den Brief von der Laura vorlese. Die Laura hat einen Kalender für Kürt Baby Mille 2016 gemacht. Der beste Kanal für Kinder. Den muss ich euch jetzt zeigen. Was sagt ihr dazu? Wer gibt sich da so viel Mühe? Die liebe Laura. Das ist ja nicht wahr, oder? Ja, Pankret. Was war das? Mille? Keine Ahnung. Smoothie Challenge. Mein Papa macht ja Süßigkeiten. Der Papa macht hier die Süßigkeiten. Sehr schön. Was machen wir da? Wer weiß mehr, oder? Wer weiß mehr? Nein. Wer würde eher Challenge? Oh, Baby Born. Puppenwagen. Oh, unser Intro. Family Fun. Oh, die Chian. Langsam. Okay. Oh. Nein, ich. Oh, ich lache, wie ich auslache beim Chian. Und hier? Eis. Das Lüschi-Milk. Oh, nee. Das ist... Also, liebe Laura. Nein, Mille beim Eislaufen. Oh. Ist da noch eins? Ja. Und hier? Was ist das? Ich auch mal sehen. Ah, Mille beim Weihnachtsbaum kaufen. Also, liebe Laura, das ist mal echt, echt super toll. Es geht noch weiter. Nein, das ist schon wieder Anfang. Das ist ja mal super toll, der Kalender. Den muss ich sofort aufhängen. Ich habe eh keinen Kalender hier im Haus. Einen gescheiden. Die Bilder mal da raus zu kopieren oder was ihr auch immer macht, raus zu schotten oder was weiß ich. Das ist ja mal sehr viel Arbeit. Aber vielen lieben Dank. 100 Daumen hoch für dich, liebe Laura. Mille schaut's an. Ich lese mal einen Brief vor. Oh, du bist so lieb. Da steht. Mille ist so zuckersüß. Liebe Kühe, Mille-Familie. Ich heiße Laura, bin 13 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von Bad Hersfeld, das Nähe Kassel. Das Erste, was ich mache, wenn ich von der Schule komme, ist, Videos zu gucken. Meistens gucke ich eure Videos zuletzt, da ich nur das Beste immer zum Schluss aufhebe. Das habe ich als Kind auch immer gemacht. Ich dachte, ich schicke euch mein kleines Päckchen zu, da ich euch sehr gerne mag. Ihr seid sympathisch, nett, hilfsbereit und einfach die Besten. Ich habe euch einen Fotokalender mit reingepackt. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nein, es ist nicht. Liebe Laura, ich muss sagen, ich bin total überwältigt. Ich sage immer wieder, unsere Abonnenten und Fans sind die aller, aller Besten. Mehr gibt's nicht. Besser geht's gar nicht. Wie ganz wie mehr. So, liebe Laura, vielen Dank hier nochmal. Ach, du bist da. Ich kann ihn stundenlang angucken. So, ihr Lieben. Wir machen hier Schluss. Sagen Tschüss. Die anderen Pakete hier machen wir im zweiten Teil dranbleiben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.